Wir saufen bis wir umfallen, wir saufen bis wir umfallen, wir saufen bis wir umfallen. Hallo, ich bin es Mischi, der alkoholosierisierte Alkohol-Silo und betrunkenet Interviews. Ja, tut mir leid, manchmal ist es auch notwendig, die Produkte mal selber auszuprobieren. Warum nicht, ne? Ich meine, ja, ich habe mir gedacht, warum ich zum Seistil dieses Produkt hier, das ich heute habe, und ich habe noch gar nicht gesagt, was er heute überhaupt ist, ist eine Widerfurchsehnte. Dezember, Dezember hätte ich fast vergessen, 15. Dezember, genau. Ja, was auch immer jetzt los ist, äh, naja, Adventscheiße. Jeden vergackten Tag zeige ich euch diese ganze bekannte Scheiße von Schrott und denke mir, warum mich nicht? Warum müsst ihr Menschen hier immer alles beherrschen, warum ich nicht auch mal, warum sollen wir Tittenfische nicht mal, auch nicht immer hinten anstehen, da hinten da, irgendwie, habe ich mir gedacht. Squishy habe ich mir gedacht, Squishy, äh, Squishy, warum hast du nicht auch mal selbst was mit dem Scheiß? Und ich kann euch sagen, tolle Sache, der Geschenketipp für heute, der sprechende Flaschenöffner, ja, habe ich ausprobiert, Flaschen aufgemacht, ganz viele. Und da hat er auch immer gesprochen, aber nicht besonders gut, das war ein bisschen undeutlich, ja. Hat immer so scheiß Sound, so ein Flaschenöffner, ne? Äh, egal, zählt aber auch mit, wie viele Flaschen das waren, muss ich ja auch, also ausprobieren, Flaschen, also die Flaschen aufmachen, habe ich gemacht, viele hat er erzählt, also ne, geht zählt, weil, äh, weil, weil, ja, also, äh, Beschreibungssach halt hier, ne, erzählt, habe ich am nächsten Tag auch noch weiß, auch am nächsten Tag weiß, wisst, wisst, wisst ihr, also, ich weiß, Also, der Öffner sagt euch, wie viele Flaschen, wie viele Flaschen das ihr jetzt aufgemacht habt, weil die lernen, Flaschen zählen, das geht halt nicht, weil ich nicht am nächsten Tag, also muss er das zählen. Ja, und bei jedem Öffnen, bei jedem Öffnen kommt ein Spruch, ne, hier, Beschreibung. Einfach Knopf drücken, Sprachaufzeichnung ins Mikrofon sprechen und der Spaß kann losgehen, wie wär's mit einem lustigen Prostusack. Ja, Sack, ne, sagt keiner zu dir, Sack, musst du das in den Flaschenöffner machen lassen, sagst du in den Flaschenöffner beleidigen, wie ich Sklave. Ja, Flaschenöffner, Sklave, zähl die Flaschen und dann Teilen singt für dich. Radler ist kein Alkohol, Radler ist kein Alkohol, Radler ist kein Alkohol. Sorry, alle kriegen eine allergische Reaktion auf Scheiße. Ja, also Flaschenöffner, da brauchen wir jetzt auch Batterien, wenn man sich so sehr abschießen will, dass man am nächsten Tag nicht mehr zählen kann, alles geht mit Batterien. Ich sag, da kommt Rorschau jetzt, aber war er wohl nicht. Okay. Also, egal. Von dir sehen, das Teil hab ich nämlich hier, äh, hab ich jetzt eben draufgekotzt. Aus dem Flaschenöffner. Ne, jetzt zeig ich nicht, ist, ja, ist auch der Kartoffelsalat bei. Ne, jetzt muss ich nur aufpassen, dass jetzt die Busse nicht abfackeln, weil da ist nämlich schon, Alter, da steht da eine Ritzis drin, ist auch schon mal einer, einer heiß geworden da, in den Flaschenöffner, ja. Ist auch egal, Flaschenöffner zählt und spricht, kostet 17 Euro, hab ich das schon, hab ich das schon gesagt, 16,99, zählt, spricht, kostet Geld, manchmal brennt er. Ja, scheiße. Ich, 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 ich geh doch mal kurz, ne, hallo?